Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 92.5. Ich heiße Marius Schäfer und darf dich heute wieder einmal zwei Stunden mit viel Musik durch den Tag begleiten. Hast du schon viele Enttäuschungen in deinem Leben erfahren? Wurdest du schon oft enttäuscht? Oder gehörst du zu den Menschen, die vielleicht auch schon viele andere enttäuscht haben? Dann lade ich dich ein, heute dran zu bleiben, denn heute möchte ich dich gerne mal enttäuschen. Ich bin sozusagen Enttäuschungsprofi und beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema. Und daher habe ich dazu ein Buch geschrieben und aus dem lese ich dir heute vor. Das Buch heißt entsprechend Endlich enttäuscht – Willkommen im Leben. Doch bevor es losgeht, wenn du einen Musikwunsch hast oder einen Musikgruß, dann schick mir gerne eine Nachricht per E-Mail an radio-at-marius-schäfer.de oder ich schicke mir eine WhatsApp an die 0170-65-64-165. Also heute gibt es jede Menge Musik, Hand verlesen von mir. Da lege ich besonders viel Wert drauf. Nicht, dass es von mir Hand verlesen ist, sondern ich lege viel Wert drauf, welche Musik gespielt wird. In der Regel ist das Musik, die das Herz berührt, die zum Nachdenken anregt oder die den Körper in deine Schwingung bringen darf. Und jetzt geht es aber erstmal los mit das Sanften, passend zum Start. Nennt sich das Morgenstund und das kommt von Schiller zusammen mit Nina. Morgenstund, Schiller und Nina und am Ende rauschen die Wellen. Ja, ich habe es eben angekündigt, ich möchte, ich werde heute aus meinem Buch vorlesen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Und bevor ich damit anfange, ein paar Worte dazu, warum habe ich überhaupt ein Buch geschrieben, habe ich nichts Besseres zu tun. Komischer Gedanke. Ich habe, das Buch wurde veröffentlicht vor bald zwei Jahren und ich habe insgesamt ungefähr zwei Jahre dran gearbeitet, immer Stück für Stück. Und der Auslöser, das Buch zu schreiben, war im Endeffekt ein Erlebnis, was ich gehabt habe. Das beschreibe ich am Anfang auch. Deswegen erzähle ich das jetzt noch nicht. Das schildere ich am Anfang. Und ich arbeite ja als Coach, Persönlichkeitscoach. Das heißt, ich begleite Menschen nach einer Krise, während einer Krise, um sie da zu unterstützen. Und während meiner Arbeit, also ich mache das jetzt beruflich seit sieben Jahren, und während meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass ich oft die gleichen Dinge erzähle, wo ich gesagt habe, okay, das ist wie so eine Grundlage. Das sind sozusagen Basics. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre doch vielleicht geschickter, wenn ich das aufschreibe und die Person kann vorher das lesen und dann können wir sozusagen da anknüpfen. Also ich war, ich wollte da ein bisschen zeitoptimiert arbeiten. Das war so mein ursprünglicher Impuls, das aufzuschreiben. Und im Endeffekt kann ich aber sagen, was mich, meine Mission heute nach wie vor ist, meine Erfahrung und mein Wissen mit anderen Menschen zu teilen. Meine Geschichte ist ja, dass ich selbst mit dem Leben überhaupt nicht klarkam. Und das passiert mir auch heute immer noch. Nur habe ich jetzt gelernt, anders damit umzugehen. Früher habe ich den Kopf in den Sand gesteckt und vor allem bin ich immer abgehauen. Und nochmal, das passiert mir heute auch immer noch. Ich bin nicht, wie soll ich sagen, ich bin da nicht perfekt. Allerdings weiß ich um meine Themen. Und ich weiß, wenn mein Schatten kommt, mich einholt, wenn meine innere Dämonen sich zeigen, wenn mein Kind aktiv ist, dann bemerke ich das immer mehr und habe sozusagen Werkzeuge an der Hand. Ich habe andere Gedanken, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist das, was ich eben weitergeben möchte. Und das ist ja auch der Grund, warum ich unter anderem diese Sendung mache. Und ich sage auch immer, ich habe da nicht den Anspruch, dass ich irgendwie die Lösung habe, sondern ich bin interessiert daran, was ist das, was Menschen hilft. Und deswegen habe ich ja auch immer gerne Gäste hier, die von sich erzählen, was ihnen geholfen hat. Und heute lese ich eben aus dem Buch vor, wo ich ganz viele einzelne Kapitel geschrieben habe. Und ich bin da so vorgegangen, dass ich mich mit meinem Laptop in meinen Café gesetzt habe, hier in Wiesbaden, habe dort meinen Kaffee getrunken und einfach drauf losgeschrieben zu einer Idee, die ich hatte. Also ein Thema, sozusagen ein Kapitel, was in mir war, was zu Papier gebracht werden wollte. Und dann habe ich das einfach geschrieben und dann war ein Kapitel fertig. Und so bin ich von Kaffee zu Kaffee getigert und habe ein Kapitel nach dem anderen geschrieben. Und am Ende habe ich gesagt, so und das ist jetzt mein Buch. Dann habe ich die noch ein bisschen in Reihenfolge gebracht. Aber im Endeffekt sind die völlig unabhängig voneinander. Ja, so im Großen und Ganzen, wieso denn überhaupt ein Buch? Und ich habe es erwähnt, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt das vorzulesen. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das lese. Ich habe also auch schon verschiedene Lesungen gehalten. Das ist es nicht. Aber irgendwie ist es doch was Besonderes. Zumindestens für mich. Also nochmal tief durchatmen, Marius. Endlich enttäuscht. Willkommen im Leben. Für dich, für mich, für uns. Wer wärst du ohne dein Leiden? Bist du bereit, es herauszufinden? Erkenne dich selbst. Sokrates. Und die Einleitung. Stell dir vor, das Leben erzählt dir die ganze Zeit einen Witz. Aber du verstehst ihn nicht. Es erzählt ihn dir immer und immer wieder und jeden Tag aus Neue. Du triffst auf Leute, die den Witz verstanden haben und du siehst, wie sie darüber lachen. Aber du verstehst diesen Witz einfach nicht. Manche andere, die den Witz auch nicht verstanden haben, naja, die sagen, dass er halt auch nicht witzig sei. Der Witz sei einfach nicht witzig. Und manch einer will ihn unbedingt verstehen. Um jeden Preis. Also besucht der Witze Erklärseminare oder nimmt Einzelstunden bei Witzeerzählern. Und er hat kleine und große Aha-Momente, in denen er merkt, er ist witzig. Aber verstanden hat er ihn immer noch nicht so richtig, den großen Lebenswitz. Also geht er von einem Witzeseminar zum nächsten, lacht viel und redet sich auch gerne mal ein, dass er den Witz nun endlich verstanden hat. Dann sagt er, ja, jetzt habe ich ihn wirklich verstanden. Bis wieder jemand vor ihm steht und den Witz auf eine andere Weise erzählt. Und er ist auf einmal nicht mehr witzig. Also verflucht er diesen blöden Witz. Man könne ihn gar nicht verstehen. Er wird wütend auf sich und das Leben und überhaupt sei das alles völliger Blödsinn. Das sei doch alles nur ein großer Betrug. Die Leute geben nur vor, den Witz zu verstehen. Dabei gäbe es gar nichts zu verstehen. Der Witz sei nicht witzig. Basta. Und manche fangen an, ihre eigenen Witze zu erzählen und meinen, das sei jetzt das Witzigste überhaupt. Sie hätten den Urwitz verstanden, behaupten sie. Aber nicht nur das. Sie hätten einen noch viel besseren Witz entdeckt. Also erzählen sie diesen. Und manche lachen auch darüber. Doch wer den Urwitz einmal verstanden hat, durchschaut alle anderen Witze als Ableger des Urwitzes. Und kann auch die falschen Witze erzähler entlarven, was allerdings alles Teil des großen Urwitzes ist. Es geschah an einem Freitag. Es war der 5. Februar 2016. Ich war erst kürzlich nach Wiesbaden gezogen und meine Mutter kam mich besuchen. Wir gingen in ein nahegelegenes Café und hatten eine sehr schöne Unterhaltung. Ich war entspannt. Es gab nichts Neues von ihrer Seite. Ich war allerdings wieder einmal der Meinung, ich wüsste alles besser. Weil ich ja auf diesen ganzen Witze-Seminaren gelernt und erkannt hätte, was wirklich lustig im Leben ist. Und wie das Leben funktioniert und so weiter. Und was sie mir immer wieder erzählte, fand ich meistens nicht so lustig. Doch dieses Mal sagte ich mir, Marius, komm doch mal runter von deinem Hohnross. Sie ist auch nur ein Mensch. Mensch, hör doch mal auf, ihr innerlich immer wieder zu sagen, dass das nicht witzig sei, was sie da erzähle. Hör doch mal auf, immer der Meinung zu sein, alles besser zu wissen. Sie erzählte mir, dass sie so gern schreibe. Sie war schon immer kreativ, hat aber einen Beruf gewählt, der aus Organisation im Technikumfeld bestand. Sie malte in ihrer Freizeit, formte Skulpturen und fotografierte viel. Sie war quasi in Rente und musste nicht mehr arbeiten. Nun wollte sie gerne mehr schreiben und sie sagte, ich würde so gerne viel mehr schreiben. Das macht mir so eine große Freude. Ich verstehe nicht, warum ich es nicht tue. Ich lächelte, denn das fand ich schon etwas komisch. Da ist doch niemand, der sie davon abhält. Also fragte ich aus meiner Sicht, rein rhetorisch, wer hält dich denn davon abzuschreiben? Natürlich hatte ich die Erwartung, dass sie sofort antworten würde, na, das bin ich natürlich selbst. Zuerst wandte sie den Blick von mir ab. Dann schaute sie so leicht schräg nach unten auf den Tisch, an dem wir saßen und damit nahm ihr Gesicht eine Form von leichter Verzweiflung an. Sie dachte angestrengt nach und ihr Blick sagte, ich weiß es nicht. Hm, ich grinste und beobachtete sie weiter. Macht sie gerade einen Scherz mit mir? Fragte ich mich. Sie holte etwas Luft und seufzte, während sie weiter angestrengt und verzweifelt blickte. Und dann? Dann passiert es. Ich, es fing in mir an zu kichern. Ganz leicht, direkt aus meinem Bauch heraus, ohne dass ich etwas tat. Es fing an zu kichern und wurde immer stärker und es hörte nicht mehr auf. Innerlich sah ich ganz kurz ein Bild von einem Affen, der in den Spiegel schaut und nicht weiß, dass er ein Affe, nein, dass er ein Spiegel ist. Ein Affe, der denkt, dass er einen anderen Affen vor sich hat. Da kam die Erkenntnis und ich dachte mir, wenn sie sich selbst gerade nicht sehen kann, wenn sie gerade nicht erkennen kann, dass sie sich selbst im Wege steht, dann kann ich es auch nicht. Es muss bei mir auch so sein, dass ich nicht erkenne, dass ich in einen Spiegel schaute. Und ich kicherte. Plötzlich hatte ich den Witz verstanden. Es folgte eine Flut von Erkenntnissen. Sie fielen wie lauter Sternschnuppen vom Himmel direkt vor meine Füße. Es war, als tauchte ich einmal in das ganze Universum ein und konnte alle Zusammenhänge sehen. Ich war drin und draußen zugleich. Und es kicherte und kicherte in mir weiter und weiter. Ich wurde gekichert. Plötzlich spürte ich diese Verbundenheit zu allem. Plötzlich wurde mir alles klar. Ich wurde klar. Es wurde mir klar. Ich erkannte, alles, wonach ich immer gestrebt habe, das bin ich schon. Ich wollte immer Liebe erfahren und habe alles dafür getan, sie zu bekommen. Ich bin Liebe. Es kicherte. Ich kann mich nicht selbst erkennen. Ich brauche andere Menschen dazu. Es kicherte. Alles, was ich getan hatte, um, sei es vermeintlich noch so unnütz und schlecht gewesen, war nötig, um den Witz zu verstehen. Es kicherte. Es kicherte. Wir sind eins. Was ich dir antue, tue ich mir an. Was ich dir sage, sage ich mir. Es kicherte. Meine Mutter fragte, was los sei und ich merkte, ich konnte es nicht erklären. Das kann das selbst nur verstehen, wenn es das erfährt. Und dass ich das nicht erklären konnte, fand ich noch witziger. Ich fing an zu lachen. Und sie wollte es unbedingt wissen und ich konnte nicht aufhören zu lachen. Alles um mich herum verschwand und war doch so klar. Mein Bauch wurde wohlig warm und wärmer und ich konnte alles ganz klar wahrnehmen. Ich genoss das Lachen und wusste sofort, dass dies für mich ein ganz besonderer Moment in meinem Leben war. Es war der Moment. Es war dieser eine Moment, der alles verändert. Es war die Erkenntnis, aus der es absolut kein Zurück mehr gibt. Alles machte Sinn. Alles gewann an Schönheit. Es war so, als ob etwas in mir umgepolt wurde. Es war eine Verschmelzung in mir und mit allem, was ist. Es gab nur diesen einen Moment, alles andere verschwand. Alles ist Liebe und war schon immer reine Liebe. Es gibt nichts, was nicht Liebe ist. Und ich konnte es vorher nicht wirklich sehen, weil ich den Witz noch nicht verstanden hatte. Weil ich an etwas festhielt, was nicht real war. Gedanken sind eine Illusion. Alles, was ich dachte, basierte auf einer Illusion. Und diese Illusion ist mit einem Schlag zerplatzt. Und das war so urkomisch. Alles, was ich für real hielt, basierte auf meinem Gedankenkonstrukt und entspricht nicht der Wahrheit. Im Gegenteil, ich hielt diese Illusion für Realität. Jetzt konnte ich so klar sehen und fühlen. Plötzlich sah ich die Welt, wie sie wirklich war. Voller Liebe und Schönheit. Alles hatte auf einmal Sinn. Alles durfte so sein, wie es war. Es gab keine Notwendigkeit mehr, irgendwas verändern zu wollen. Wer würde es auch ändern wollen? Da ist ja gar keiner. Mein Ich stellte sich als eine Illusion heraus. Das, was gar nicht existiert, versucht das, was existiert, zu verändern und in seine Nicht-Existenz aufzunehmen. Wie soll das gehen? Ja, es geht nicht. Es steckt nur die Motivation dahinter, die Illusion weiter aufrecht zu erhalten, um nicht als solche erkannt zu werden. Bist du bereit? Bist du bereit, ins Leben einzutauchen, auch wenn das bedeutet, nicht mehr zu leiden? In diesem Buch teile ich Übungen und meine Erfahrungen mit dir, die ich im Zusammenhang mit dem Witz gemacht habe. Doch ich kann dir den Witz nicht beibringen. Und niemand kann das. Ich kann einen, meinen Witz erzählen. Doch ob du ihn wirklich verstehst, hast nicht einmal du selbst in der Hand. Entweder du verstehst einen Witz oder eben nicht. Du kannst es nicht erzwingen, ihn zu verstehen. Und irgendwann, vermutlich, wenn du gar nicht mehr über den Witz nachdenkst, macht es auf einmal Klick. Und du hast ihn verstanden. Und wenn du ihn verstehst, kannst du ihn nicht mehr unverstanden machen. Kannst du dich an einen Witz erinnern, den du mal verstanden, dann auf einmal nicht mehr verstanden hast? Es geht nicht. Und doch kannst du einen Witz vergessen. Aber das macht ihn nicht unverstanden. Einmal verstanden heißt, es erkannt zu haben und aufgewacht zu sein. Nichts wird mehr so sein wie früher. Das Leben in seiner reinen Schönheit beginnt und es gibt keinen Zweifel mehr. Wenn du zweifelst, hast du den Witz noch nicht verstanden. Oder wieder vergessen. Die Übungen. Für jede Übung in diesem Buch gilt, du musst die Übung nicht machen. Und bitte sprich es einmal laut aus. Ich muss diese Übung nicht machen. Genau. Und auch das laute Aussprechen musstest du nicht machen. Es ist freiwillig. Mein Grundsatz lautet, bricht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Und ich möchte dir diesen Grundsatz gerne mit auf den Weg geben. Wir haben so viele Regeln, von denen schon gar keiner mehr weiß, wo sie eigentlich herkommen, wofür sie gut sind und welcher Sinn dahinter steckt. Sei ein Pionier. Verlasse das Gewöhnliche und entdecke die unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Ich habe bewusst darauf verzichtet, die Übungen mit vielen Beispielen zu versehen, damit dich diese Beispiele nicht zu sehr in eine Richtung lenken. Ist es nicht schöner, wenn du unvoreingenommen deinen Impulsen folgst, ohne von den Beispielen gelenkt zu werden? Und mache besser die eine oder andere Übung nicht und lies weiter, als dass du ein schlechtes Gewissen bekommst und aufhörst, das Buch zu lesen. Es ist deine Entscheidung. Alles kann, nichts muss. Going Home von Ask Aja. Gewünscht und gespielt für die Katrin. Ein Lied, das mitten reingehen kann ins Herz. Und das ist auch gut so, denn dafür ist unser Herz ja da, dass da Dinge rein und raus können. Und das kann manchmal sehr wehtun und das kann sehr heilsam sein. Ja, heute endlich enttäuscht. Willkommen im Leben. Diese Enttäuschungen, die wir in der Regel überhaupt nicht haben wollen, denn sie tun meistens weh und das darf sich ändern. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass ich mit dem Buch etwas dazu beitragen kann, dass Enttäuschungen nicht mehr schmerzhaft für dich sind, sondern wundervolle und wertvolle Erfahrungen. Und ich habe angefangen, aus meinem Buch vorzulesen und ich habe so viel Musik im Gepäck, dass ich gespannt bin, wie viele Sendungen ich brauche, um das Buch einmal durchzubekommen. Denn die erste halbe Stunde ist schon rum. Ich denke mir, was? Ich bin ja noch nicht mal am ersten Kapitel angelangt. Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel reden, aber es ist mir auch ein Bedürfnis, heute die Musik zu spielen. Und weil ich es noch gar nicht erwähnt habe, du kannst dir diese Sendung jederzeit als Podcast anhören. Die findest du überall, wo es Podcasts gibt. Und da ist die Musik natürlich rausgeschnitten aus rechtlichen Gründen. Und du kannst dir aber die Musik all meiner Sendungen in einer Playlist anhören. Findest du auf Spotify, auf Deezer, die entsprechenden Anbieter für diese Musik. Und das kannst du dir kostenlos runterladen, sozusagen, diese Apps und kannst dann jederzeit in die Musik reinhören. Und ich empfehle auch, das zu machen, falls du dir diesen Podcasts, falls du dir die Sendung als Podcast anhörst. So, nochmal der Reihe nach. Dann lohnt es sich, auch die Musik dazu zu hören. Gibt nochmal einen ganz besonderen Charakter. Jetzt aber zurück zum Buch. Warum ich du sage und nicht sie. Ich erlaube mir hier, dich zu duzen. Das ist bitte nicht als eine Unhöflichkeit zu sehen, sondern im Gegenteil das respektvollste du, welches du dir vorstellen kannst. Wir sind alle eins. Wir kommen aus der gleichen Quelle und wir werden uns spätestens dort wieder treffen als Energie in ihrer reinsten Form. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich möchte auf die Nähe hinweisen und begegne dir dabei auf Augenhöhe. Entscheidend ist für mich dabei nicht die ausgesprochene Anredeform, sondern die Haltung dahinter. Wenn ich sie verwende, dann klingt das für mich allerdings zu weit weg. Als ob du auf einem anderen Planeten steckst und ich dich dort nicht erreichen kann. Und mein Ziel ist es, dich mit diesem Buch zu erreichen und dir nahe zu sein. Ich verwende hier keine Wörter, die du nicht schon irgendwo gehört hast. Ich schreibe über nichts, was nicht schon irgendwo, irgendwie aufgeschrieben oder gesagt wurde. Ich habe keinen super krassen, exklusiven Geheimtipp, der garantiert dein Leben zum Dauerorgasmus emporhebt. Ich schildere hier meine Erfahrungen und mein Wissen und ich lade dich ein, das für dich herauszupicken, was dich anspricht. Ich erhebe nicht den Anspruch, etwas zu wissen oder zu können, was nicht auch schon ein anderer Mensch weiß oder kann. Vielleicht habe ich eine Sprache, die dich anspricht. Vielleicht habe ich eine Sprache, mit der du nichts anfangen kannst. Und beides ist gut so, wie es ist. So ist das Leben. Ich kann und will hier keine wissenschaftlich belegbaren Thesen darstellen, sondern dich zum Neu- und Querdenken einladen. Ich möchte dich motivieren und vor allem inspirieren, deine sogenannte Komfortzone zu verlassen, damit du das Leben in voller Bandbreite genießen kannst. Und wir alle sind genauso unterschiedlich, wie wir gleich sind. Daher gibt es nicht die eine Anleitung zum Glücklichsein. Hier hast du sozusagen einen Auszug aus meiner Anleitung, die ich über mich geschrieben habe. Und möglicherweise findest du ja kompatible Stellen, die du auch für deine Anleitung adaptieren möchtest. Es ist sicher kein Zufall, dass du das Buch jetzt sozusagen in deinen Händen hältst. Doch quäle dich bitte nicht durch das Buch. Wenn es dir schwerfällt, weiterzulesen, dann lass es. Es wäre doch schade um deine Zeit. Wenn du mit den Schilderungen nichts anfangen kannst, dann lass es. Zwing dich nicht zu etwas, das du nicht willst oder mit dem du nichts anfangen kannst. Lege dann das Buch einfach zur Seite und stöbere zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal drin herum. Höre darauf, was dir dein Gefühl sagt. Es ist auch nicht notwendig, die Texte in der abgedruckten Reihenfolge zu lesen. Schlage einfach eine Seite nach Belieben auf und lass den Text auf dich wirken. Du kannst die einzelnen Kapitel unabhängig voneinander lesen. Wenn das alles nicht stimmig ist, öffne dich dem Gedanken, dass dies jetzt nicht das Buch für dich ist. Es gibt so viele wunderbare Lektüren da draußen und die für dich jetzt richtige ist garantiert dabei. Und doch hat dich etwas hierher geführt. Wenn dich das Buch anspricht, dann erlaube dir, es immer wieder zur Hand zu nehmen und erlaube dem Buch, dass es dich immer wieder an das erinnert, was du tief in dir schon weißt. Erlaube dir, das Wissen zu wiederholen. Öffne dich dafür, dass jeder Mensch von uns ein Grundrecht auf ein erfülltes Leben hat und dass es jedem offen liegt und möglich ist, aufzuwachen. Wenn du glaubst, dass du nicht erleuchtet werden kannst oder dass dies ein ganz besonders schwieriger Weg ist, dann unterliegst du einem Irrtum. Du hast alles in dir, um aufzuwachen und deine Illusionen zu erkennen. Das Erkennen kann jeden Moment passieren. Du kannst nur nicht wissen, wann das ist. Sei offen dafür, lass dich überraschen und versuche nicht, es zu erzwingen. Eins noch Glaube mir nichts Es geht doch darum, dass du deine Wahrheit siehst und lebst. Dein Gefühl wird dir immer sagen, ob und was für dich bestimmt ist. Übernehme nichts nur, weil es irgendwo schwarz auf weiß steht oder weil es irgendjemand gesagt hat. Hör auf deine innere Stimme. Es ist wie an einem Buffet. Ich tische nun einige Sachen auf und entscheidest, was du probieren möchtest. Du kannst dich nach Lust und Laune bedienen. Das eine schmeckt dir und das andere vielleicht nicht. Und wenn nur ein Bissen dabei ist, der den Geschmack deines Gaumens anregt, dann hat doch dein Leben schon etwas mehr an Qualität gewonnen. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Caro Emerald mit Liquid Lunch gespielt für die Christine, die damit alle grüßen möchte, die gerne ausgelassen tanzen und dabei volle Lebensfreude spüren können oder wollen. Und da finde ich ist das Lied auch perfekt für. Und du weißt vielleicht, wenn du auch einen Musikwunsch, einen Musikgruß hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an radio-at-marius-schäfer.de oder eine WhatsApp. Keine SMS, sondern SMS funktioniert unter der Nummer nicht, sondern WhatsApp geht an die 0170 65 64 165. Und wir sind wie immer mittendrin in der Sendung Marius Lebensimpulse auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich habe angefangen, aus meinem Buch vorzulesen und die Kapitel sind immer so aufgebaut, dass ich am Anfang ein schlaues Zitat habe und dann mein Kapitel vorlese. Und entstanden ist das so, ich habe es vorhin erzählt, ich war in Cafés unterwegs. Zu Hause in dieser Ruhe konnte ich nicht schreiben. Ich brauchte immer einen gewissen Trubel um mich herum. Und ich habe immer erst die Kapitel geschrieben. Und weil ich Zitate und Sprüche liebe, habe ich dann nachgeschaut, welches Zitat passt denn zum Kapitel. Wenn ein Mensch zu anderen Himmelskörpern fliegt und dort feststellt, wie schön es doch auf unserer Erde ist, hat die Weltraum einen ihrer wichtigsten Zwecke erfüllt. Jules Verne Deine Erwartungen Bevor du weiterliest, habe ich eine Bitte an dich. Schreibe hier auf, welche Erwartungen du an dieses Buch stellst. Sei dabei so ehrlich, wie es nur geht. Vielleicht erwartest du, dass du durch dieses Buch erleuchtet wirst. Dann schreibe, ich erwarte, dass dieses Buch mich erleuchtet. Oder, dass du den Partner deines Lebens findest. Dann schreibe so etwas wie, ich erwarte, dass ich durch dieses Buch meinen Traumpartner finde. Und ich lade dich ein, dass du jetzt dir ein Blatt Papier nimmst und genau dieses tust. Da kannst du oben drauf schreiben, ich erwarte das. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreib mal all deine Erwartungen auf. Sozusagen jetzt nicht nur an das Buch, sondern auch an das Leben. Die Erwartungen an dich selbst und die Erwartungen an die anderen. Ich erwarte das. Sozusagen von diesem Buch, von mir selbst, von den anderen. Und sei da eben so ehrlich, wie es nur geht. Hau alles raus. Und wenn da eine Erwartung ist, dann sag nicht, naja, die ist ja unrealistisch. Wenn die Erwartung da ist, also wenn der Gedanke schon da ist und du merkst, ja, erlaube dir, das aufzuschreiben. Und in der Zeit spiele ich die nächste Musik. Das heißt, du hast jetzt hier zumindest knapp zehn Minuten Zeit. Das ist ein langes Lied, ein schönes Lied. Und das hat sich die Tanja gewünscht. It takes a lot to know a man. Damien Reis, It takes a lot to know a man. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Frauen. Ja, nochmal tief Luft geholt. Und es geht gleich weiter. Vielleicht hast du die Zeit genutzt, für dich mal deine Erwartungen aufzuschreiben. Es lohnt sich immer wieder nach innen zu gehen und herauszufinden, was denkt es denn in dir? Was ist denn da so gespeichert, was meistens aus dem Unterbewusstsein wirkt? Und dieses in sich gehen, in dich reingehen ist ein erster Zugang zum Unterbewusstsein, um diese ganzen Sachen hochzuholen. und sie eventuell bei Bedarf auch zu verändern. Weiter geht's mit dem Buch. Das Wichtigste ist, siehst du nur das, was du vor deiner Nase... Irgendwie finde ich es witzig, wenn ich mich verlese. Nochmal. Siehst du nur das, was vor deiner Nase zu sehen ist, oder bist du bereit für das Gesamtbild? Stimmst du nur dem zu, was deinen bisherigen Überzeugungen entspricht? Bist du bereit, dich, deine Umgebung und die Menschen, die dir begegnen, aus einer neuen Perspektive zu betrachten? Bist du bereit, in den Schuhen deiner Freunde und deiner Feinde zu laufen? Bist du bereit, zu erkennen, dass es mehr gibt als das, was du bisher weißt? Bist du bereit, zu erkennen, welchen Irrtumern du unterliegst? Während meiner Ausbildung zum Industriekaufmann in einer weltbekannten Schokoladenfirma habe ich viel lernen dürfen. Und das fing gleich am ersten Tag an, denn ich war von sieben neuen Azubis derjenige, der in der Postabteilung startete. Meine Mitlehrlinge hatten mich belächelt, denn sie begannen in so tollen Abteilungen wie Marketing oder Verkauf. Und ich war ja nur in der Postabteilung gelandet. Mir war das egal, denn ich war neugierig auf die Firma und auf neue Erfahrungen. Ziemlich schnell hörte ich in der Postabteilung den Spruch Ohne uns läuft hier gar nichts. Und es leuchtete mir auch ein. Hier war ja so etwas wie die Kommunikationszentrale. E-Mails gab es damals noch nicht. IT hieß noch EDV und so gingen hier alle wichtigen Dokumente auf Papier rein und raus. Und da jeder Mensch in der Firma auf diesem Weg seine Post bekam, lernte ich so schon alle Namen und Personen im Haus kennen. Ich schätzte die Postabteilung sehr und ich hatte Freude daran, die Post durch das Haus zu tragen. Als ich in der nächsten Abteilung war, das war der Einkauf, dauerte es nicht lange und ich hörte den Satz Ohne uns läuft hier gar nichts. Und auch das leuchtete mir ein. Wenn kein Nachschub für die Produktion gekauft wird, dann kann auch nichts produziert werden und es gibt gar kein Produkt. Die Firma würde pleite gehen. Auch in der Produktion bekam ich zu hören, Ohne uns läuft hier gar nichts. Und es leuchtete mir ein. Ohne das Produkt gäbe es ja auch gar nichts zu verkaufen. Apropos Verkauf. Auch in dieser Abteilung hörte ich, Ohne uns läuft hier gar nichts. Und es leuchtete mir ein. Wenn das Produkt nicht in den Handel kommt, kann es ja auch nicht verkauft werden. In wirklich jeder Abteilung hörte ich diesen Spruch. Der Buchhaltung, Personalabteilung, Zoll, überall. Und ich war begeistert und erstaunt zugleich. Und alle hatten ja so recht. Doch eines hat mir immer gefehlt. Dass sie erkennen, dass es eben für jede Abteilung gilt. Denn eine Abteilung schimpfte gerne auf die andere und jeder war der Überzeugung, Ohne uns läuft hier gar nichts. Die anderen sollen wertschätzen, was wir hier tun. Wo war die eigene Wertschätzung den anderen Abteilungen gegenüber? Alles hat seinen Sinn. Alles hat seine Berechtigung. Die Firma läuft am besten, wenn alle Abteilungen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn sie erkennen, dass sie alle wichtig sind und gebraucht werden. Jeder aus seiner Art und Weise. Jeder in seinem Spezialgebiet. Als ich mich dann 15 Jahre später nach meiner großen Lebenskrise auf den spirituellen Weg gemacht habe, dauerte es nicht lange und ich hörte diesen mir altbekannten Satz in abgewandelter Form. Diese Methode ist die wichtigste, beste und effektivste. Wenn du diese Methode anwendest, brauchst du nichts anderes. So hörte ich Dinge wie Theater spielen und die Kunst sind die Dinge, die der Mensch braucht. Familienaufstellungen sind das effektivste, um seine Themen zu bearbeiten. Jedes Gefühl lässt sich transformieren. Mit Yoga kannst du alles heilen. Das Buch XYZ sorgt für den absoluten Durchbruch. Und, und, und. Sie haben alle so recht und sehen doch das Gesamtbild nicht. Das Gesamtbild beinhaltet alles. Nichts wird ausgeschlossen. Es hat eine Vorder- und eine Rückseite. Sobald ich ihr das ablehne, verlasse ich das Gesamtbild. Und das ist okay. Denn sogar das ist auf dem Bild verzeichnet. Nur kann ich das Bild dann nicht mehr sehen. Im Gesamtbild bin ich Bild und Betrachter zugleich. Wenn ich sage, das ist die einzig wahre Methode oder das ist der einzig richtige Weg, dann bin ich nur noch Betrachter des Bildes aber nicht mehr im Bewusstsein des Gesamtbildes. Und das ist okay. Denn das Bild verändert sich dadurch nicht. Nur meine Betrachtungsweise. Daher ist meine Maxime. Probier dich aus, bis du das Gesamtbild und dich als Betrachter erkennst. Um das zu erreichen, mach dir bewusst, dass es so viele Wege wie Menschen gibt. Wisse. Solange du ein Suchender bist, bist du auf der Suche. Wenn du nichts suchen würdest, würdest du dieses Buch nicht lesen. Die Suche selbst ist es, die dich davon abhalten kann, dass du dich oder das, wonach du suchst, auch findest. Welches Problem hättest du jetzt, wenn du nicht nach etwas suchen würdest? Das Problem selbst beinhaltet auch immer die Lösung. Ohne Problem gäbe es nichts zu lösen. Doch das Lösenwollen selbst erschafft erst das Problem. Doch dazu später mehr. Und doch, alles führt zur Erleuchtung. Alles führt zu dir selbst. Nur du selbst schränkst dich ja ein. Nur du selbst stehst dir im Weg. Denn du leuchtest ja schon längst. Du weißt es vermutlich nur noch nicht. Finde deine Lieblingsabteilung oder wechsle sie so oft du magst. Finde das, was dir zusagt und lasse dir von niemandem einreden, was richtig und was falsch für dich ist. Glaube mir nichts. Noch nicht einmal diesen Satz. Finde das, was du weißt. Finde das, was du weißt. Ja, ja. Xaver Naido, der Fels, gewünscht und gespielt für die Tamara. Ja, du hast immer noch oder wieder Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Heute geht es um die Enttäuschung, die Enttäuschungen und vielleicht auch irgendwann um die allergrößte Enttäuschung in deinem Leben. Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will. Michel de Montaigne. Ich vermute mal, der wird so ausgesprochen. Die Käsetheke des Lebens. Wenn du nicht genau weißt, was du im Leben willst, wie willst du es dann erreichen? Woran willst du erkennen, dass es das Leben gut mit dir meint? Wie willst du etwas erlangen, wenn du nicht weißt, was? Das Glück könnte schon die ganze Zeit vor deiner Haustür liegen und du läufst möglicherweise täglich daran vorbei. Stell dir vor, du stehst an einer riesigen Käsetheke und die Fachverkäuferin fragt dich, was du gerne hättest. Und du antwortest mit Käse? Und das ist genau so komisch, wie es klingt. Und genau das ist, was tagtäglich passiert. Die Menschen sagen nicht klar, was sie wollen. Das Leben bietet ihnen unbegrenzte Möglichkeiten. Sie stehen da und sagen Käse. Und das Unglaubliche ist, vielen Menschen ist es völlig egal, welchen Käse sie bekommen. Nach dem Motto, Käse ist doch Käse. Kennst du einen, kennst du alle. Das ist, als ob du sagst, ach, geben sie mir irgendein Leben, das passt schon. Leben ist doch Leben. Zack, bumm. Du willst irgendwas, du bekommst irgendwas. Und hinterher schimpfen sie dann gerne auf die Fachverkäuferin, was sie ihnen denn da für einen komischen Käse angedreht hat. Je klarer du bist, desto genauer wirst du bedient. Das Leben hält deinen Premium, Wohlfühl, Lecker, Schmecker, Lieblingskäse bereit. Du musst nur sagen, welcher das heute für dich ist. Du weißt es nicht? Probier dich querbeet durch die ganze Theke. Was hast du zu verlieren? Du riechst an einem und er riecht unangenehm? Na, dann lass ihn liegen. Du weißt rein und er schmeckt dir nicht, dann spuck ihn wieder aus. Lass dich durch nichts aufhalten, deinen ganz persönlichen Lieblingskäse zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, genieße jeden einzelnen Bissen. Und wenn eine der vielen Käsesorten als die beliebteste gilt, heißt das noch lange nicht, dass sie auch dir schmecken muss. Es gibt vielleicht einen Käse und du bist der einzige Mensch im ganzen Universum, dem dieser Käse schmeckt. Der einzige. So viele Käsesorten existieren und vielleicht ist da eine Sorte dabei, die nur dir schmeckt. Wenn du Lust auf einen anderen Käse verspürst, dann probier ihn doch. Nimm ihn in die Hand und frage dich, wie er sich anfühlt. Rieche danach. Wie riecht er? Frage, Darf ich mal probieren? Und koste ihn ausgiebig, bis dir klar ist, ob das dein Käse ist. Und vielleicht hast du den Vergleich gebraucht, um festzustellen, dass du bei deinem bisherigen Käse bleibst. Dein Käse ist nicht da, dann hat ihn eine andere Käserei. Oder du kannst ihn bestellen. Beschreibe, was für eine Art Käse du suchst und lass dich beraten und dir helfen. Das Leben ist unendlich freundlich und wartet nur darauf, dir deine Wünsche zu erfüllen. Doch lasse dich dabei nicht von dir selbst täuschen. Wenn du deinen Lieblingskäse gefunden hast und dann in Frage stellst, wenn du zweifelst, ob das wirklich dein Lieblingskäse ist, kämpfe nicht gegen diesen Zweifel an. Folge ihm auch nicht blind. Spüre in dich hinein, welcher Mangel in dir aufgekommen ist. Erforsche genau, was du glaubst, was dir fehlt. Was genau ist es, was du brauchst, aber nicht hast. Dieser Mangel und Zweifel können dich in die Irre leiten, wenn du glaubst, dass der Käse selbst es ist, der dich glücklich macht. Hier geht es darum, dass du Klarheit finden darfst, was du im Leben willst. Äußere Dinge und Umstände sind nicht dazu da, deine inneren Mangelzustände zu füllen. Das führt auf Dauer zu noch mehr Mangel und Unzufriedenheit. Verwechsle Klarheit nicht mit Bedürftigkeit. Und falls du noch nicht ganz verstanden hast, was hier gemeint ist. Angenommen, du suchst einen Job. Naja, ich mache so vieles gerne. Hauptsache, was im Büro. Angenommen, du suchst einen Partner. Ach, Hauptsache er, sie hat Humor. Angenommen, du willst verreisen. Irgendwas am Meer ist toll. Verstehe, dass du viele Wünsche in dir hast. Dein Herz spricht ununterbrochen mit dir und flüstert dir seine Wünsche zu. Hör auf dein Herz. Denn sobald du im Büro sitzt, welches ein Quadratmeter klein ist, kein Fenster hat und im Keller mit fünf Kollegen beherbergt, die sich den ganzen Tag lautstark unterhalten und dich mit Zigarettenrauch und sexistischen Witzen vollquallen, wirst du möglicherweise darüber nachdenken, ob Hauptsache, was im Büro doch etwas zu unpräzise war. Oder der Partner, der unheimlich witzig ist, aber nur, wenn er zwei Flaschen Wein und ein halbes Gramm Koks in Dusse hat und die meisten Witze auf deine Kosten macht. Oder der Urlaub am Meer, im Hafen, mit Frachtschiffen, ohne Bademöglichkeit, ohne Restaurants, in dem Hotel, welches gerade eine Baustelle ist. Halt es nicht für selbstverständlich, dass das Leben eine Entscheidung für dich trifft. Sage daher nicht, na, das hätte sich das Leben doch denken können. Nein, das tut es nicht. Es hört dir ganz genau zu. Du willst irgendeinen Käse, du bekommst irgendeinen Käse. Hör auf dein Herz. Es sagt dir genau, was es möchte. Keine Angst. Du musst jetzt nicht jede Schraube deines Wunschautos definieren. Es genügt, wenn du dein Gefühl beschreiben kannst, wenn du das Auto fährst. Der Käse soll weich und cremig sein. Und wenn ich ihn auf meiner Zunge zergehen lasse, dann ist das jedes Mal ein Feuerwerk der Gefühle im ganzen Körper. Alles klar? Auf die Wünsche. Fertig. Los. Übung. Übung. Gehe an eine Käsetheke und sage, du hättest gerne Käse. Sei so unpräzise wie möglich und schaue, was passiert. Löse die Aufgabe nicht, indem du an dieser Theke präzise wirst. Ziehe diese Übung durch, bis du einen Käse erhalten hast oder verzweifelt abziehst. Gehe zu einer anderen Käsetheke und bestelle so präzise wie möglich einen Käse. Zum Beispiel. Bitte geben Sie mir 100 Gramm langgereiften Gouda am Stück. Und schaue, was passiert. Werde dir deiner Wünsche genau bewusst. Schreibe sie so detailliert wie möglich auf. Und dann warte auf das, was das Leben dir serviert. Sei nicht ungeduldig. Manchmal muss der Käse erst noch produziert werden. Erstelle dir ein Vision Board. Eine Tafel, an der du deine Wünsche illustrierst. Das können Zeichnungen oder auch Fotos aus Zeitschriften sein oder auch einfach Begriffe. Führe dir so immer wieder vor Augen, was deine Wünsche sind. Beobachte dich dabei, ob du krampfhaft an den Wünschen festhältst oder ob du bereit bist, deine Erwartungen an die Erfüllung loszulassen. Halte dabei Ausschau, ob das Leben für dich ein besseres Geschenk bereithält. Bist du bereit, dieses anzunehmen? Auf uns, Andreas Burani. Und das habe ich gespielt für Mabi. Mabi weiß, warum. Ich habe damit sozusagen was wieder gut gemacht oder nachgeholt. Auf uns. Und um uns, um dich, um mich geht es in diesem Buch, nämlich die Enttäuschungen. Wie kann ich mich über eine Enttäuschung freuen? Ist eine Frage, die mir oft begegnet. Und ich wünsche dir, dass du selbst herausfindest, warum eine Enttäuschung ein so großes Geschenk sein kann. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. Marlene Dietrich Du hast es so gut gemacht, wie du konntest. Wenn du noch mit deiner Vergangenheit haderst, kannst du heute nicht im Frieden mit dir und deinen Mitmenschen leben. Dann bist du noch zu sehr damit beschäftigt, das zu verurteilen, was einmal war. Was geschehen ist, ist geschehen und zu glauben, es hätte anders oder besser sein können, ist ein Irrtum. Denkst du, du hättest irgendetwas anders oder sogar besser machen können, als du es getan hast? Niemals. Ich behaupte, du hast es so gut gemacht, wie du konntest. Du hast immer dein Bestmögliches gegeben. Und das gilt für jeden Menschen zu jeder Zeit. Glaubst du nicht? Okay, dann lass uns ein Gedankenexperiment starten. Überlege, was du dir heute noch vorwirfst, weil du denkst, es hätte besser ablaufen können. Vielleicht hast du jemandem ein Geheimnis anvertraut und er hat es ausgeplaudert, sodass du sagst, das hätte ich doch wissen müssen. Meistens folgt dann noch so eine Selbstverurteilung wie zum Beispiel, ich bin so blöd. Oder du hast für eine Prüfung gelernt und einige Fragen falsch beantwortet. Als die Auswertung kommt, erkennst du die Fehler und sagst dir, oh Mensch, das hätte ich doch, das hatte ich doch gelernt. Mensch, das hatte ich doch gelernt, das hätte ich doch wissen müssen. Hast du aber in dem Moment nicht. Sonst hättest du es doch richtig beantwortet. Zu dem Zeitpunkt hast du nach deinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Wenn du im Supermarkt einkaufen warst und zu Hause feststellst, dass du etwas vergessen hast, dann hast du im Supermarkt nun mal nicht dran gedacht, sonst hättest du es doch gekauft. Du konntest nicht daran denken, weil du es nicht getan hast. Es ging nicht. Der Beweis ist, dass es so ist. Der Gedanke, ich hätte es wissen müssen, ist nicht wahr, weil du es nicht gewusst hast. Nun aber zu unserem Gedankenexperiment. Überlege dir jetzt etwas, von dem du später sagen wirst, ach, da habe ich gar nicht dran gedacht. Lies nicht weiter, bevor du darüber nachdenkst, was das sein könnte, an das du jetzt nicht denkst, aber später meinst, du hättest daran denken können. Denke jetzt an etwas, an das du nicht denkst. Richtig, es geht nicht. Du kannst nicht an etwas denken, an das du gerade nicht denkst. Entweder du weißt es, oder du weißt es nicht. Entweder du tust etwas, oder du tust es nicht. Und wenn es dir jetzt einfällt, wenn du es jetzt weißt, großartig, dann kannst du jetzt danach handeln. Wenn es dir nicht einfällt, wenn du es jetzt nicht weißt, großartig, dann handelst du nach dem, was dir jetzt bewusst ist und nach dem, was du jetzt weißt. Hinterher sind wir schlauer und dann verarschen wir uns selbst. Weil wir hinterher schlauer sind, denken wir auf einmal, dass wir es vorher auch schon hätten wissen müssen. Tun wir aber nicht. Unser Gehirn bekommt diesen zeitlichen Unterschied nicht mehr hin. Ja, jetzt wissen wir es, also kann ich jetzt danach handeln. Jetzt kann ich die Frage in der Prüfung beantworten. Wenn ich es in der nächsten Prüfung wieder vergessen habe, dann kann ich es eben nicht. Klar? Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir glauben. Vielleicht sage ich, es ist nicht gut für mich, dass ich jetzt diese Sahnecreme Butter Krokant Torte esse. Und dann esse ich sie trotzdem. Das heißt nur, ich belüge mich gerade selbst. Denn meine tiefer liegende Überzeugung ist, dass mir diese Torte jetzt so richtig gut tun wird. Dass ich sie jetzt brauche und dass ich sie jetzt unbedingt essen sollte. Wir können uns selbst belügen, ohne dass wir es merken. Oder wir merken es und ignorieren es gekonnt. Deine Taten zeigen dir, was Entschuldigung, deine Taten zeigen dir, von was du überzeugt bist, egal was du sagst. Die Tat ist stärker als das Wort und nichts kann mehr überzeugen als die Tat. Ein weiteres Beispiel. Vielleicht willst du jetzt gerade aufhören zu lesen, weil es schon spät ist und du morgen früh raus möchtest und morgen ärgerst du dich dann vielleicht, wenn du müde bist, weil du zu wenig geschlafen hast. Spüre, dass du jetzt gerade eine Entscheidung triffst, nämlich entweder weiterzulesen oder aufzuhören. Du triffst permanent Entscheidungen, entweder bewusst oder unbewusst und beides sind deine Entscheidungen. Wie könntest du eine bewusst getroffene Entscheidung bereuen? Nur wenn du wieder unbewusst wirst und vergisst, dass du im Moment der Entscheidung im vollen Bewusstsein warst. Übung Triff eine Entscheidung ganz bewusst, zum Beispiel was du jetzt tun möchtest und dann tu es oder entscheide dich bewusst etwas nicht zu tun. Versuche dich später, nachdem du es getan oder nicht getan hast, darüber zu ärgern. Erinnere dich dabei wieder an den Moment, als du die Entscheidung getroffen hast. Mache dir hier am besten Notizen zu deiner Entscheidung, wie es dir dabei geht und welche Gedanken du dabei hast. Schreibe einen Brief an dich selbst und frage dich dabei, was du dir selbst bisher noch nicht verziehen hast. Schreibe in dem Brief an dich selbst über deine bewussten und unbewusst getätigten Entscheidungen und Handlungen und entschuldige dich dafür bei dir. Es geht nur um die Unbewussten. Bewusst stand gar nicht drin. Also nochmal. Schreibe einen Brief an dich selbst und frage dich dabei, was du dir selbst bisher noch nicht verziehen hast. Schreibe in dem Brief an dich selbst über deine unbewusst getätigten Entscheidungen und Handlungen und entschuldige dich dafür bei dir. Schreibe so etwas wie ich habe es nicht besser gewusst und bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du deine Entscheidungen jetzt immer bewusster triffst. Verbrenne diesen Brief in einem kleinen Dankbarkeits wenn dir wieder alte unbewusste Entscheidungen und Handlungen auffallen oder wenn du merkst, dass du dir für etwas immer noch Vorwürfe machst. Human Emily Sande Sandy Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen wird. Wieder einmal. Emily Sande sage ich jetzt einfach mal mit Human. Wunderschöne Platte, ganz viele tolle Songs habe ich gestern entdeckt. We are human. Wir sind menschlich. Wir machen Fehler. Wir haben unsere Höhen und Tiefen und das gehört einfach zum Menschsein dazu. Der Unzufriedene findet keinen bequemen Stuhl. Benjamin Franklin Nicht schlecht ist nicht gut. Mit welcher Grundhaltung gehst du durchs Leben? Siehst du das Gute oder suchst du nach dem Schlechten? Es scheint beides zu existieren, denn das eine kann nicht ohne das andere bestehen. Doch es ist deine Entscheidung, auf was du deinen Fokus richtest. Wie? Was? Nicht schlecht ist nicht gut? Natürlich, könntest du sagen. Sonst wäre ja schlecht gleich gut. Kennst du Leute, die etwas mit nicht schlecht bewerten? Und vielleicht gehörst du bis jetzt ja auch dazu. Wie hast du geschlafen? Nicht schlecht. Wie hat dir der Film gefallen? Nicht schlecht. Wie war dein 14-tägiger Urlaub auf den Malediven mit Tauchen, Luxus, Luxus, Bungalow und täglicher Massage? Nicht schlecht. Klingelt es schon? Spür mal den Unterschied. Wie hat es dir geschmeckt? Es war nicht schlecht. Wie hat es dir geschmeckt? Es war gut. Wir leben in einer polaren Welt. Alles hat einen Gegenpol. Mann, Frau, laut, leise, hell-dunkel, einatmen, ausatmen. Und das ist kein Zufall. Alles hat einen Gegenpol. Wenn du nun etwas bewertest und das machen wir alle pausenlos, hast du die Wahl zu sagen, es war gut oder es war schlecht. Neben all den anderen Phantastillionen-Möglichkeiten, die du für eine Bewertung hast. Nehmen wir jetzt aber mal das Gut und das Schlecht als Beispiel. Also, du kannst einfach sagen, das war gut oder das war schlecht. Doch was passiert, wenn du sagst, das war nicht schlecht? Du bewegst dich in der Polarität auf die Seite des Schlecht und negierst sie anschließend, aber du wechselst dabei nicht die Seite der Polarität. Dabei bist und bleibst du auf der schlechten Seite. Deine Basis für die Bewertung ist das Schlecht. Das ist so, als würde eine Reihe Bilder an der Wand hängen und du sagst zu den Bildern nacheinander, das ist schlecht. Ne, das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Das finde ich auch schlecht. Ne, das hier ist nicht so schlecht. Und so weiter. Die Basis für deine Beurteilung lautet schlecht. Das heißt, du gehst dann davon aus, dass alle Bilder erst einmal schlecht sind und du schaust, welche dementsprechend und welche nicht in das Schema schlecht fallen. Und wenn dieses Vorgehen bei dir der Fall ist, gehst du genau mit dieser Grundhaltung durchs Leben. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass du unbewusst davon ausgehst, dass alles im Leben schlecht sein muss. Dann ist dieses Schlechtschema in dir aktiv und du wirst so nie auf die Seite des Gut kommen. Bis jetzt. Denn das Erkennen dieses Musters ist der erste Schritt zur Veränderung. Und das ist doch gut, oder? Ich möchte dir aber noch deutlicher machen, warum das Negieren einer Polarität nicht die Seite der Polarität wechselt. Wenn du sagst, einatmen, nicht einatmen, einatmen, nicht einatmen, was passiert dann? Dann atmest du ein und nicht ein. Aber dadurch atmest du ja nicht aus. Du atmest nur nicht noch weiter ein, aber nicht aus. Denn von ausatmen war ja nicht die Rede. Es geht hier nur um das Einatmen. Schlecht, nicht schlecht. Merkst du es? Prüfe für dich, welche Polarität du nicht anerkennst oder nicht lebst. Bist du immer im Tun und Machen oder gönnst du dir auch bewusst Pausen, ohne etwas zu tun? Muss bei dir immer alles korrekt sein oder darf die 5 auch mal gerade sein? Wenn du eine Polarität einseitig lebst, ist das so, als ob du sagst, ich habe zwei Beine, aber ich brauche nur eins. Mein eines Bein ist viel besser als das andere. Und das hier habe ich auch viel lieber und mit dem fühle ich mich einfach wohler und sicherer. Das kannst du machen. Diese Kraft der Entscheidung hast du. Du kannst bewusst oder unbewusst auf einem Bein durchs Leben hüpfen. Es ist auf Dauer allerdings viel anstrengender, als auf zwei Beinen durchs Leben zu gehen. Denn es ist ja kein Zufall, dass wir zwei Beine, zwei Arme, zwei Ohren und so weiter haben. Und so ist es auch kein Zufall, dass es zu jedem Pol einen Gegenpol gibt. Komm in deine Mitte. Öffne dich für die ganze Klaviatur des Lebens. Spiele deine umfangreiche Melodie des Seins und entdecke das ganze Potenzial, das in dir steckt. Übung Achte in deiner Umgebung auf interessante und außergewöhnliche Dinge und frage dich, was das Gegenteil davon ist. Und bei vielleicht habe ich noch keins gefunden. Schreibe alle Polaritäten auf, die dir einfallen und welche du davon lebst und nicht lebst. Zum Beispiel freundlich, feindselig, laut, leise. Bemerke, wenn du das Wort nicht verwendest. Überlege, wie du es positiv ausdrücken kannst, anstatt es zu negieren. So wird aus Ich habe heute keine Lust auf Kino ein Ich habe heute Lust auf Tanzen. Oh dear, Sophie Silmani und davor in my head von Joseph und davor Did the day just go like you wanted von Belle und Sebastian. Und das war eine Premiere. Ich glaube, ich habe noch nie drei Lieder am Stück gespielt. Und dafür gibt es auch eine Wiederholung. Das letzte Lied hat mich wieder sehr berührt. Beziehungsweise ich habe mir erlaubt, in mich zu gehen und geschehen zu lassen. und das möchte ich am Ende der Sendung gerne noch mit dir teilen. Denn auf einmal habe ich in meinem Rücken ganz viel Kraft gespürt, als ob jemand hinter mir stehen würde, als ob ganz viele hinter mir stehen würden. Und das war meine Familie, meine Vorfahren, meine Ahnen, wie es auch so schön heißt, die haben auf einmal hinter mir gestanden. und mir ihre Kraft gegeben. Und das berührt mich. Und wenn ich sowas vorher immer von anderen gehört habe, dann habe ich das zwar gehört und wahrgenommen, aber irgendwie mehr auch nicht. Und in letzter Zeit passieren immer mehr Dinge, wo ich sage, okay, mein Verstand konnte damit nie was anfangen und auf einmal kann ich da was fühlen, sehen und fühlen, spüren. Und jetzt merke ich gerade, ich versuche es zu erklären, aber wenn er vergleicht, ist es nicht nicht erklären. Und trotzdem es ist mir ein Bedürfnis, das mit dir zu teilen und es ist nach wie vor für mich eine große Übung, mich so zu zeigen, weil da dann Gedanken sind. Was sagen die anderen, was denken die dann über mich? Und ich lade dich hiermit ganz offiziell ein. Du tust es sowieso und du brauchst meine Erlaubnis nicht und du darfst denken, was du möchtest. Es ist deine Angelegenheit und ich liebe dich dafür, was du denkst. Ich liebe dich dafür, was du nicht denkst. Du darfst so sein, wie du bist und ich erlaube mir, so zu sein, wie ich bin. Und das fühlt sich einfach gut an, ohne dass ich es benennen muss, ob es sich gut anfühlt oder nicht. Janett Biedermann, es geht mir gut, hier auf Radio Rheinwelle 92,5 bei Marius Lebensimpulsen, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und das war mir heute wieder eine besonders große Ehre, ein besonders großes Vergnügen und sehr berührend, dich hier zwei Stunden begleiten zu dürfen. Es war der Anfang meines Buches, das vorzulesen und in den nächsten Sendungen wird das weitergehen, bis das ganze Buch durch ist. Die nächste Sendung findet in zwei Wochen statt, wieder am Montag und zwar den siebten, zehnten, wie immer von 15 bis 17 Uhr. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wie gesagt, es geht weiter in dem Buch und aber heute Abend, wenn du Lust hast, Zeit hast, freue ich mich, dich gerne auch mal persönlich kennenzulernen bei dem Lebensimpulse Stammtisch, der es findet wie immer ab 19 Uhr statt im Café Del Sol am Kochbrunnenplatz in Wiesbaden. Alle Sendungen findest du noch mal zum Nachhören auf meiner Webseite www.marius-schäfer.de Schäfer mit A-E und wenn du einen Musikwunsch hast, schick ihn an radio at marius-schäfer.de und Schäfer mit A-E Mein Versuch war es ja, dich heute ein bisschen zu enttäuschen, wenn das mir nicht gelungen sein sollte. Dann finde ich, ist das jetzt auch nicht schlimm. Ich arbeite weiter dran. Das kriegen wir schon noch hin. Doch, wir wollen dabei die Freude nicht vergessen. Die steht an erster Stelle. Freude ist deine Grundnatur und ich gehe jetzt mit Freude zum Stammtisch und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de www.marius-schäfer.de